Das wäre dein Job, ne? Go-Kart? Oh ja, das können wir machen. Na dann, auch ein neues. Und das alles entscheidende Rennen. Letzte Rennen. Überleg mal, wann das letzte Mal war, dass wir eine Playliste komplett von Anfang bis Ende durchgespielt haben. Ich glaube einmal haben wir es bisher geschafft. Ja, und wie lange immer schon wieder her ist? Wir spielen ja nur drei Stunden, manchmal. Aber es kommt immer drauf an, was drin ist. Das war unnötig. Alter, was geht mal ab, ey. Das war unnötig. Alter. Oh, Alter. 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 Ey. Der Windshot. Oh, Alter. Der zieht einen voll rein. Alter. Ich hör's doch da was an quietschen. Wo ist Maki eigentlich? Der kommt doch. Alter. Alter, Kevin. Also, Sven, das war unnötig. Wollte ich gar nicht, aber ich war schon auf der Außenbahn. Ich hör da was. Du, 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 du. Alter. Gefällt mir nicht, dass da was Pik ist vor dir, das Abflug. Oh, Baby, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Da war schwer der Führungswechsel die ganze Zeit. Ja, genau. Wie dem einen oder dem anderen. Baby, wir machen das. Wieso? Ich hab keinen gerämpelt hier. Ich hab' dich nicht mal berührt. Ich hab' dich nicht mal berührt. Ich hab' dich nicht mal berührt. Nein, ich bin, ich hab' dich nicht mal berührt. Bei mir rechts rüber, weil Maki von links kam. Ich hab' ihn aber nicht berührt. Ja, dann weiß ich nicht, wer es war. Ja, ist egal, aber alles gut. Ich bin ja schon wieder da. Ich hätt' euch wieder dran an den beiden da vorne. So, das war ein der vorbei und dann an Jascha noch hinter vorbei. Alter. Und schon führe ich das Ding wieder ab nach sechs Runden. Hey! Alter, alle. Sven, was machst du da? Sven hat die Wünste vollverdichts verloren. Nee, ich wollte keinen ran. Nein! Weil Maki sich gedreht hat. Gut so. Ja, ich wollte eigentlich nur Kaffee beholen, aber es ist manchmal schlecht, wenn man da mitten durch muss. Und dann noch mit dem Windshutten. Ich hatte von drei Leuten Windshutten. Er fährt einfach voll ins in die Mauer. Ja. Ich hab' ein Warwild das mal gezogen. Ja! Aua! Ich hab' ein bisschen was dagegen. Ach wirklich? Aber nichts effektives meistens. Sagst du. Alter! Sven! Räumt euch immer ruhig weiter weg. Das ist kein Problem. Letzte Runde, alles entscheidend. Nein! Ich bin durch die Seite gefahren. Ja, was sinnlos! Jawoll, Alter! Das kann nicht sein, ey, das. Wenn ich noch dritte habe. Von hinten nach vorne. Weiß! Und dann abgeschossen. Das kennst du so so gar nicht, ne? Wäre das weitergegangen nachgeworgen? Sven, du? Nee, das wäre es nachgeworgen. Nee, das wäre es nachgeworgen. Nee, das wäre es nachgeworgen. Ne, wäre es nachgeworgen. Was wirst du noch? Na, ne? Ich hab' mich nachgeworgen. Das stimmt ja auch nicht. Du bist selber gegen die Seile gefahren. Ich glaube, Mark его zweite. Ja. Ich hab' dich überholt noch kev. Ich weiß, dass er stark hat sie mich damit bekommen. Ah man! Mann! Ich hab' ein bisschen gewinnen können jetzt. Ich hab' ein própria. ich fast alle runden bin ich als erster gewesen ist ja marki hat wohl auf kevin hat nur auf die marke getippt natürlich war auch das sowieso jetzt bin ich auch vom jascha beruhigt worden im punkt als markiert das ding gewonnen außer der wird jetzt null punkte weil es ja auch vorbei ist ist vorbei also ja ich habe sowieso beschissen also von daher gut dein glückwunsch marke wäre ich noch zweiter gewesen wäre es gereicht ich bin dann auch mal wieder weg bis nächsten sonntag die woche wird wahrscheinlich wirklich abspätschicht also ich bin vor elf wo nicht erfahren hat das war ja auch wirklich sehr glücklicher umstand das wenn auch noch urlaub hatte und so dass wir da abends spielen wollten das hätte sonst auch nicht gepasst freitag zu uns so geld bei einzahlen haben immer verdient fast 200.000 ich bin da für meiner meinung nach ich weiß ich wie es hier sieht und ja schon mit dazu zu holen ich denke das passt dann haben wir einen jetzt zuverlässig dabei ist und ja da müssen wir gucken was wir mit steven machen ja dann sprichst du mal an der gruppe kev form soll ich denn immer mit dem sprechen ja wir warten jetzt erst mal noch die 1 2 1 2 wochen hat man das richtig besser dann alles so gut dran muss halt gehen das geht auch nicht anders ich meine aber dann schickt doch mal eine nachricht in der gruppe und fragt noch mal was ist dass man sich nur noch was sagen soll werden steven pieter der schießt mich tot no hands productions ja das spielt die ganze zeit der eigenes ding würde ich sagen ich schreibe es jetzt mal gerade kurz baby ist ja dabei hier warte mal wollt ihr noch man es was ganz machen oder nicht mehr wir haben jetzt noch zehn minuten ich würde jetzt lassen wird jetzt eigentlich guckt das war das bei mir ich habe vorhin schon gesagt wenn das machen wir mal wenn man mal irgendwie spontan zwischendurch irgendwann mal was und was machen wollen weißt du jetzt die woche oder so wo wir jetzt die woche mal gespielt haben irgendwas machen hat jetzt wird sonntags playlisten lassen einfach ist am sinnvollsten war immer jedes mal überlegen und dann klappt alles ähnlich so und klar und ach das ist immer da ist mir lieber wir haben alle wir wissen alle ganz genau was wir machen und es steht fest und so das ist mir viel lieber als immer dieses rumgräzeln was macht man heute und klappt das überhaupt so war doch richtig ich stehe hier oben du kannst nicht aber auch das jedes mal das hast du auch drin die bezahlt das ja nicht das ging ja jetzt auf mein konto nee aber dass jedes mal das anrufen dass das geht nach dem tierischen sagt ganz alles alles gut so ein bisschen verquillt hat er mal auto gesprengt hat er das ist gerade wie 20 000 ich habe gemerkt ach so kevin herr markus und er mit den impressor auswählen bei labes auto ein alles gut was er recht Stürb, du Opfer! Stürb! Oh, Mensch, ihr blöden Böden! Ich möchte euch da einfach nicht ein. So. Wir hören uns ja dann, äh, wie das das nächste Sonntag abgedrückt. Ja, wahrscheinlich, ne. Aber wir sollten jetzt irgendwie nicht verpflichten kommen, so. Denk ich sollte das passen. Na, dann. Ich bin total zurückgezogen. Ich bin nie da gewesen. Na, du bist abgehangen, wir haben es schon verstanden. Dann müssen bis dahin, ne? Jo, Markus, wir hören uns.